Hallo 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 Good morning in the morning Ich hab gerade die krassesten News meines Lebens bekommen glaube ich Und ich habe das manifestiert seit 2 Jahren dass das passiert Seit 2 Jahren Und ich glaube es wird passieren am Sonntag oder Montag Ich keep you updated aber Leute das ist Ich habe es manifestiert Ich schwöre Jetzt mache ich mir aber auf den Weg zu einem sehr wichtigen Termin Mir ist ja meine Tasche gestohlen worden in Barcelona Und ich habe da meinen Führerschein drin gehabt Und ich habe jetzt schon seit einem Monat keinen Führerschein Und heute ist endlich der Termin beim Verkehrsamt Und ich habe gerade realisiert, ich brauche da Passbilder Ich habe natürlich keine Passbilder Jetzt muss ich mal irgendeine Passbilder organisieren Schauen wir mal, was es wird, würde ich sagen Ich gehe jetzt mal zu so einem Photoshop, hoffentlich funktioniert das Und dann ab zum Verkehrsamt Die Sonne scheint heute zum ersten Mal Es ist ein guter Tag, hoffentlich Ich freue mich, wir freuen uns Let's go Das ist ratzfotz gegangen innerhalb von zwei Minuten Here they are Und sie sind gar nicht immer so hässlich geworden Mein letztes Passbild, da war ja nämlich, glaube ich, 14 Und der beim Pickle auf meiner Lippe Und ich schaue hässlich aus Und das finde ich jetzt ganz okay Aber ich schwöre, ich ziehe immer eine Augenbraue so brutal hoch Ich habe mich so bemüht, dass ich eine Augenbraue nicht hochziehe Aber look at that Ich schaue schon wieder so Warum mache ich das immer? Ich frage mich, ob es irgendwo Termine gibt Wo man eigentlich pünktlich drankommt Beziehungsweise, warum planen die nicht einfach mehr Zeit ein? Ich hatte noch nie in meinem Leben Auf irgendeinem Amt, bei irgendeinem Arzt Generell irgendwo einen Termin, wo ich pünktlich drankommen bin Ich glaube, das ist legit noch nie passiert Ich habe in einem TikTok was gesehen, was mein Leben jetzt verändern könnte Was halb habe ich das jetzt bestellt Ihr fragt euch jetzt, was das ist Das sind so Teile, damit kann man anscheinend die Hose enger machen Und die probiert es jetzt Okay, der erste Teil hängt drinnen Und dann braucht man dieses Teil Es hat geklappt Hier Und hier sind jetzt diese Teile drinnen Und die Hose sitzt einfach Hä? Ich glaube, heute ist mein Glückstag Jetzt hat er gerade mit der Postbote geklingelt Und einen Tag zu früh Mein Pull&Bear-Paket gebracht Also gibt es jetzt ein Try-On-Haul für euch Eine Tasche, weil meine wurde mir geklaut Die ist eigentlich echt ganz cool Ein Cappy Okay, ähm Ähm Weiß ich jetzt Ähm Sorry Was ist das mit dem Cappy passiert? Warum ist das nicht geboren? Entschuldigung, ich schaue sehr Als wäre Bob der Baumeister Oh, das ist ja nur ein Teil der Bestellung Aber Ein Zweiteiler Jogginganzug Den probiere ich jetzt auch gleich Ihr hättet es einfach ein bisschen kleiner bestellen sollen Ich seh das mehr als Airport-Look Vielleicht ist es ja kein Airport-Look Vielleicht ist es einfach scheiße aus Heute ist wieder ein komplett fröhlinghaftes Wecker in Wien Ich schwitz fast Es ist richtig warm Nicht Ich bin jetzt einfach gerade am Weg zur Physiotherapie Meiner ersten Einheit bei einer Frau Ich bin gespannt, bis wird Ich schaue nicht aus, als war ich durch den Wind Sondern ich bin durch den Wind Ich kann mal drüber reden Wie noch ist das in meinen Hosen als Was ist denn das hier? Ein Kackwetter, Alter Ja Ich bin jetzt auf jeden Fall bei Trommelwerbel Ach du heilige Scheiße Ja, wer hat denn das wieder bestellt überhaupt Ich habe noch nie so viele Hasen in einer Wohnung gesehen Und damit meine nette jetzt war da Damit meine nette so haseln Let me show you, Leute Und ihr denkt Ist das überhaupt ein Hose oder was ist das? Ich glaube es ist ein Hose Moment, Moment Da haben wir noch ein Hose Da haben wir nen Husten! OMG 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 Ich hab's nicht mal richtig rangezogen Bad-ass, Alter ! Bad Ass with a good ass Mit der richtigen Musik zur Party Seit wann hast du nen Nasenpiercing? Darf jeder was sagen, mir fällt das bei der Hannah auch nie auf und dann gibt es wieder so Momente, wo ich ausschauend bin, so Krass, Hannah, wie ein Nosenring. Ist das neu? Seit wann hast du rote Haare? Oh mein Gott, in letzter Zeit, jeder nennt mich A-Cheeran. Es ist insane. Jeder sagt, ich schaue A-Cheeran. Ja, Mike, you wish. Wir spielen, was würdest du lieber? Und wir geben einer Person die Folge, also zum Beispiel, was würdest du lieber? Du. Und Sandra sagt eine Sache und ich sage, dann muss dann die andere sagen und muss angleichen an die Intensität. Hanna, was würdest du lieber? Eine Stunde nackt in der Stadt rumlaufen oder? Ein Jahr lang jeden, den du grüßt und umarmst, beim Ohr ablecken, aber nie sagen, dass du das machst. Ja, oder eigentlich nackt rumlaufen für eine Stunde oder eine Stunde, also in den ersten fünf Sekunden. Hat Hannah die Laufzuschnäu. Ja, immerhin. Landschaftsbilder. Jetzt siehst du dir voll vorbei. Sander, was würdest du lieber? Entweder nie wieder Alkohol trinken, oder? Fünf Stunden lang mit deinem Ex-Freund schlafen müssen. Da weiß ich ja, was sie nimmt. Da auf jeden Fall nie wieder Alkohol trinken. Echt? Du würdest nicht mit deinem Ex-Freund schlafen? Ich weiß, ob das gerade mal Ex-Freund schaut, also nein, natürlich nein. Ach so. Obviamente. Tatsächlich habe ich mal eineinhalb Jahre keinen Alkohol drungen und das war eigentlich ganz gut. Also ich glaube, das würde easy schaffen. Ja. Happy Samstag. Der Tag ist schon fast vorbei, aber das liegt ja dran, weil der Freitag erst heute Morgen um sechs geendet hat. Ich glaube, das würde easy schaffen. Die Wand hinter mir. Ich weiß nicht, ob ihr das im vorletzten Vlog gesehen habt. Da war ein fettes Loch an der Wand, weil ich probiert habe, an einer Betonwand Bilder aufzuhängen und das geht nicht. Da kann man kein Nagel anschlagen. Und das habe ich mir so Bilderrahmen bestellt, die ich glaube, mit Klebehaken da aufhängen kann. Ich werde euch das nachher zeigen. Und das ist nochmal Mission of the Day. Das probiere ich heute noch. Das bekommen wir hoffentlich heute noch hin. In dem Fall. Okay, das sind die beiden Bilder, die ich da mal schon aufhängen wollte. Aber die Rahmen sind einfach viel zu schwer, dass sie an einem Kleben abhängen können. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gecheckt habe. Deshalb habe ich andere Rahmen bestellt. Aber zuerst muss ich jetzt mal die Prints aus dem Rahmen geben. Und dann befinden sich jetzt die neuen Rahmen. Und zwar sind das so magnetische Teile, wo man das Bild einspannt. Ich kann es gar nicht erklären, aber ihr werdet es gleich sehen. So sieht das dann aus. Kommen wir zum schwierigsten Part. Und zwar müssen wir es schaffen, dass sie die zwei Klebehaarten auf die gleiche Höhe machen. Ach Gottchen. 2,50 Meter lang. Das heißt, die Hälfte von 2,50 Meter sind 1,25 Meter. Viertel. Also muss ich dann bei jeweils 75 Zentimeter. You know that I kill somebody. Ja, kommt jetzt gleich die Huse es nicht aus. Ich habe keinen Bock mehr. Die hängen nicht gleich hoch. Aber es ist mir egal. Es ist mir einfach so egal. Es kann man nicht mehr leiser. Natürlich ist mir nicht egal. Angst, Schweiß. Ich bin nicht mehr auf den Weg. Sandra, du bist so eine geile Sau. Du bist so eine geile Sau. Ich bin so stolz von mir. Das ist passiert seit zwei Jahren. Das ist passiert seit zwei Jahren.